ARD Text im Auftrag von Funk Und Berlin ist wieder meine Unterstützung Oh mein Gott, ja Aber diesmal spiele ich auch ohne Duel-Beratter Aber das sollte hier mit unserem Skill überhaupt kein Problem sein Okay, let's go Gehen wir beide auf A Auf Long Hallo Team, I go Long A Long Oh, er kommt Fuck, 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 scheiße Le, 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 le Der war sauschlecht Look at this I'm a Kampfschwein I'm a Kampf Da geht Is down No, no Alter, das haben wir gut vorbereitet für die Mates Hat gar nicht geforced Ist der da, oder was? Na gut, das sehe ich von hier, dass es nichts wird, ne? Barrel, dieses Team, oder? Los, Stullen Umbrella Was für ein Arschloch Oh nee, Lele geht jetzt mit Lele Bibbel Lele, ein Flash, behind you Oh, das ist zwei Ich gehe rein Ich habe den sogar angefrackt Mit der Flash Oh nee, er ist noch da Still I Long Sag mal, reagieren die Kollegen auch irgendwann? Diese Force-Mentalität passt zumindest voll hier in den Rank rein Einfach jede Runde reinforcen Jetzt geht's ab Ah Nein, oh Gott, was für ein Lacker Die habe ich geflasht What the fuck Ich habe niemanden gesehen Blood, all blood Wie, all? Alle blood Alle blood Ja, die Mates kommen halt auch nicht mit, ne? Wir zwei gehen drauf Und der Rest bleibt da hinten stehen Das ist bescheuert Klar, der mit der AWP, okay Aber der andere mit der P90 Okay, pass auf Die haben uns jetzt eben nicht gesehen Was wir gemacht haben Ja Vielleicht können wir uns jetzt diese Runde wiederholen Und nächstes Mal stehen sie vor lang Sind voll überraschend Und kriegen die Insta-Headys in ihr Gesicht reingedrückt Paisy, Alter, Paisy Das ist halt ein bisschen lächerlich Dass die Mates hier nichts gebacken bekommen Ist raus Oh, das sind zwei AWPs Ja, durch Suicide Ja, die AWPs Was? Ich bin hier mit den Scheiß-Schuss reingelaufen Oh Gott, dich Bastard Guckst dir mal an Die anderen zwei, ne? Die raffen gar nichts Der eine ist zu dir hochgerannt Der andere entscheidet sich jetzt langsam mal dafür auf A zu gehen Weißt du, A ist die ganze Zeit frei Die sind ja 100% auf A Was ist denn hier los? Da wird doch eigentlich so ein bisschen mitgedacht Ja, im Gegner-Team Im Gegner-Team Guck mal Wir gehen jetzt gerade zu viert auf Long Das fasse ich jetzt echt nicht Die Runde kann man jetzt nicht verlieren Theoretisch Mit der Phobos betrifft Oh, er hat einen Autosnipe Oh Gott, hieß schon Guck mal, ich bin hinter denen Die sind so bescheuert Das ist Wahnsinn Flasch einmal kurz rein Ah, jetzt kommen sie hier nicht, glaube ich Ich glaube, da war einer Ich glaube, da war echt einer close Ah, nein, scheiße Wir haben uns beide geplotzt Okay, jetzt sind sie dran Oh, der steht direkt an der Tür Ich flash Er weiß nicht, glaube ich, dass du da bist Nein Ich stehe direkt vor ihm Er konnte mich nicht verfehlen Das ist einfach wieder sein Time Oh, der ist bei dem Auto Pass auf, pass auf Der ist bei dem Auto Im Headglitch Ski Auf B haben sie eingenatzt Ich schiebe rüber Das macht er irgendwie Guck mal, grün merkt es nicht Gelb merkt es nicht Keiner merkt irgendwas Go toilet, no problem Ach, Timeout Ach, ich dachte, das war gerade zum Kicken Ich habe gar nicht gelesen Shit Sorry Shit, sorry Was ist der Scheiße? Jetzt ist in die Hose Nein, diesmal triffst du mich nicht, Lucky Boy Bomb down Komm, ich mache jetzt ein Timeout Das er endlich scheißen kann Oh, diesmal weiß ich nicht Sorry, no shit for you Sorry, keine Scheiße für dich Ach, scheiße Easy 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 Nice Alle, jetzt mache ich das Eis 60 Throw in fire Ach, keiner ist auf B Easy No, please no What the fuck Mit solchen Kack-Mates Das ist wirklich Brudalsch Also ich meine, die machen also nicht nur Die Kills sind uns ja echt wurscht Aber die machen ja spielerisch nichts Also spieltechnisch Jawohl, ist weg Oh, leck, 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 leck What the fuck Alter, mach ich JC weg Another one city, I think Ja, da ist er AFK Alles klar Ah, scheiße, Alter Oh, du Freakazoid Scheiße Hier ist noch eine Droppe Vielleicht yellow, du take it Instead of the pumpkin Yellow, yellow, come on Ich raff das echt nicht Wie man im Internet Spielen kann Und dann sagt Ich kann aber nur Pakistani Was ist denn da los? Oh je Ah, da geht lauer Tunnels Nicht, dass der gleich hinter dir kommt Das ist dieser Ist der Okay Ich kann gleich Tunnels kommen Easy Das war der übrigens Da war ich doch nicht lauer gewesen Ah, okay Ich wollte gerade sagen Shit, ich muss mir jetzt Ich muss mir voll Gedanken machen Wegen Tunnels Und der Kollege war mal Guck mal, wo die Kollegen waren Auf Mitte Obwohl ich vor 15 Sekunden gesagt habe I'm gonna plant on B Oder I'm on B Oder irgendwas Das ist wirklich so fucking ridiculous Last round Papa la papa Alter Papa la papa Slow HP Und er sagt letzte Runde Jetzt fangen nämlich langsam an Nach die Mates was zu machen Ja Wie er da so stand Mir sagt der Go A Sind die dumm? Oh mein Gott Also ich würde sagen Ich habe eine Green Apple Meine Freunde Nice An dieser Stelle geht raus Green Apple Back to me Diren Bis zum nächsten Mal Tschüss Hier Ich gehe auf